Hallihallo und Willkommen zu einer Runde Bart im Supporterrad. Was gibt es viel zu sagen? Nicht viel. Ihr seht, ihr habt ein bisschen mehr um mich herum. Diesen Monat wird es wahrscheinlich ohne Greenscreen funktionieren müssen, denn es ist Lernmonat und ich müsste den immer wieder auf und abbauen und auf und abbauen und hier und da. Wir invaden. Ich wünsche euch viel Spaß. Das war chaotisch. Okay, nichts bekommen, außer First Blood für die Gegner. Das ist richtig bitter. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich die Syndra vielleicht kriege und ich habe ja auch geflasht, damit ich den Double Stun hinkriege, aber... Schade. Sagen wir schade. Ich probiere hier mal einen extrem aggressiven Weg aus. Ich habe nicht nur im Ferocity Tree das On-Hit-Ding mitgenommen, dass wir halt ein bisschen mehr Schaden auf dem On-Hit machen, wenn wir... Ich bin nicht mal gestunt hier, ich bin so geboostet. Dass wir halt mehr Schade auf dem ersten Champion-Hit machen, sondern ich habe auch, wie ihr seht, Greenfathers Gift dabei. Der Grund ist eigentlich relativ simpel. Ich weiß, wann Leona hier Last hitten möchte, die Minions. Hier funktioniert es natürlich noch nicht, wir sind nicht da, aber prinzipiell weiß ich, wann sie vormöchte und wann sie eben das Ganze anbringen möchte. Demzufolge weiß ich auch ganz genau, wann ich mein Q setzen müsste und ich weiß natürlich auch, wann ich... Hast du ein Wort? Natürlich hast du kein Wort. Na, wo sie steht, wann ich sie CC'n kann, theoretisch. Das möchte ich halt natürlich auch für mich nutzen. So lucky. Ach, da war noch ein Minion. Tja, habe ich nicht mal gesehen. Soweit zur Theorie. Praxis funktioniert natürlich wieder überhaupt nicht. Wir kennen das ja. Ich hätte gerne Kontrolle über diesen Busch, aber komme da nicht mehr ran. Ich erwarte eigentlich fast, dass sich der Djinn hier von der Leona catchen lässt und... Ja, ich wusste es. Es war halt einfach so klar. Aber unsere CC-Combo ist auch sehr stark. Sehr, sehr stark sogar. Also braucht man sich da nicht so viele Sorgen machen. Ich kriege meinen Busch zurück, das heißt, ich habe Greenforders Gift wieder am Start. Und in 60 Sekunden auch Ignite. Dann könnte man versuchen, hier etwas zu killen. Ich komme einfach nicht ran, um den Auto-Attack zu setzen, wenn ich weiß, dass sie irgendwie Minions haben möchte oder so in der Art. Und ich kriege meinen Q auch nicht gesetzt. Es ist zwar wahrscheinlich unnötig, dass ich jetzt schon meinen E-Skill hee. Das Q wäre wahrscheinlich besser. Aber ich mache es aus Gründen. So, hier wieder einen Auto-Attack setzen. Wir bekommen Gold. Wir triggern unsere Fähigkeiten. Und wir zonen. Interessanterweise zonen wir. Hier wieder Greenforders Gift ausgelöst. Das ist nicht zu glauben, dass der sich immer catchen lässt. Tja, so kann man natürlich das Early-Game auch verbringen. Am Turm. Soll ganz schön sein, habe ich gehört. Ja, es ist halt nur noch ein Auto-Attack auf sie. Also eine Kombo mit Thunderlords. Aber wenn ich da versuche, jetzt hinzugehen, werde ich wahrscheinlich... Okay. Ich gehe mal dann einfach wieder raus. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Holy shit. Was ist da mit den Leuten los? Das hier ist eigentlich nur, um sie zu zonen. Ich möchte ja sowieso nicht versuchen, sie zu killen. Ich roam lieber in die Mitte. Hier könnte ich eventuell über die Gimes halt gut Speed aufbauen und dann vermutlich nichts hinkriegen. Dachte ich mir fast. Sindra sollte jetzt alarmiert sein und sich zurückhalten. Das ist schön. Und die ist tot. Wunderbar. Ich habe beide Kills im Team. Oh Gott. Ja, aber der Roam hat gut funktioniert, als vor allem die Kette von LeBlanc musste halt treffen, damit wir den CC landen können. Ich nehme erst mal diesen Weg hier über den Sidestone. Ja, weil mit dem kann ich mir ein bisschen Sicherheit aufbauen und vor allem auch in die Büsche warden, wo halt die Leona lauern möchte, um uns zu catchen. Apropos Leona, die ist schon wieder unten. Ich hoffe, Jhin hält die Füße noch wenigstens für zwei, drei Sekunden still. Overextended nicht, wie es so ein typischer Jhin macht. Ah, es ist wohl überall gewordet. Wir packen hier noch ein Control-Word rein. Glorious. Glorious-Word. Und im Endeffekt möchte ich natürlich versuchen, hier Druck aufzubauen. Kann ich aber nur schwer, sehr schwer, die idealste Situation wäre natürlich, wenn wir in der Mitte kämpfen könnten, weil da Green Fathers Gift öfter ausgelöst wird, dadurch, dass ich halt den Busch habe und über den arbeiten kann. Ja, nicht getroffen. Lucky, dass die Leona nur für diesen Jhin gehen möchte. Ja, so teilt sich das halt mal wieder auf. Jhin, überlebst du das Ganze? Ja, und jetzt ist Leona halt hier weit, weit draußen. Es ist nicht dein Ernst, Dude. Das ist einfach nicht dein Ernst. Ich habe gerade einfach nur reflexmäßig mein Heel hier rüber gesetzt, mein Q hier rüber gesetzt, weil ich einfach nicht gesehen habe, gerade nicht im Fokus war, was da jetzt gerade auf mich zukommt. Kann ich das Ganze reinpushen? Nee, kann ich nicht. Ich werde mich jetzt auch zurückziehen und mir Mobility Boots kaufen. Ich stehe 3.01. Irgendwie sollte ich diesen Feed noch verwerten, bevor ich hier komplett boosted über den Tellerrand gucken muss und mein Team beim Feeden zuschau. Frage ist, wo ist am meisten Druck? Der Chang'e ist zweimal gestorben, wobei 1 das First Blood für Leona war, ist also okay. Dann haben wir hier Jhin, der zweimal gestorben ist und jetzt in Farm-Mode übergehen möchte. Kalt zu diesem Zeitpunkt ist relativ spät. Aber wenn er das möchte, dann lassen wir ihn halt. Ja, ich werde wohl hier unten helfen müssen. Lass das! Oh Gott! Warum geht er immer so nah ran? Habt ihr das schon wieder gesehen? Das war genau dieser Moment, wo ich mir denke, please, dude, what? So, den Wort möchte ich gleich wieder entfernt wissen. Ich möchte ja diesen Busch für mich nutzen. Okay. Keiner von uns beiden kriegt Profit daraus. Ich treffe nichts, sie trifft nicht. Oh Gott, darfst du noch anbringen. Ja, ich werde jetzt in die Mitte roamen, denn ich werde hier... Hier unten kann ich wenig machen. Ja, da oben kann ich auch wenig machen. Bis ich da dort bin, ist es schon wieder zu spät. Im Endeffekt. Er hat seine Ulti-Ready, das ist schön, aber die werden wir nicht brauchen können. Ja, genau. Genau. Dazu sage ich nein. Es ist keine leichte Lane, das sage ich euch. Keine leichte Lane. Ich bin auch ziemlich angespannt. Das war eine schöne Grenade. Drei Ziele plus Poke, das sieht man selten. Ich habe halt wieder meine Ignite. Ich möchte ja auf jeden Fall mit Ignite wieder gucken, dass ich irgendwo Schaden anbringen kann. Okay. Ich nehme das so und nehme den Wort. Da kommt nichts. Soweit sicher. Okay. Na, gucken wir doch mal, ob wir die Catelyn noch von der Seite nerven können. Ne, können wir nicht. Hier ist jemand gewesen. Die Rek'Sai will uns da bald ganken. Ah, da ist jetzt jetzt ihre Falle. Bei Catelyn's müsst ihr gucken. Manche haben so ein Muster, dass sie die Falle besonders weit innen setzen, manche besonders weit außen. Die hier variiert das Ganze ein bisschen. Also ich muss immer ein bisschen Lotterie spielen, wie ich da reinkomme. ob ich jetzt an der inneren Seite reinlaufe oder an der äußeren. So, Lee Sin ist zwar in der Gegend, wird uns aber hier nicht helfen. Ich werde ein paar Gimes mitnehmen und dann, ich weiß nicht, Swain da oben. der Lee Sin braucht Hilfe. Dass die Le Blanc hier zurückgesprungen ist, ist ein bisschen schade, weil wir da auf jeden Fall was hätten machen können. Aber dann ist dem halt so. Und jetzt gehe ich wieder runter. Nehmen wir unterwegs mal wieder ein Heel mit. Nehmen wir eine Ulti jetzt auch dafür her, dass ich den Turm ja ein bisschen schütze. Na, wir brauchen den jetzt halt nicht wirklich für den Kampf. Wir wollen halt jetzt einfach nicht kämpfen, sondern schützen den Turm ein bisschen, dass da weniger Schaden ist. Tja, welche Überraschung, dass die da drin locken. Die Falle auch detected. Aber machen können wir hier wohl nichts. Boah. Nein! Ich wollte den hinteren Minion zusammen mit Catelyn treffen. Das wäre vielleicht sogar ein Kill geworden. Das wäre, weil wir haben wirklich viel Schaden in der Hinterhand, wenn wir mal einen CC treffen. Kann man schon was machen. Und man muss es halt treffen. Okay, ich möchte vor. Ich möchte dieses Chime haben. Werde ich nicht kriegen. LeBlanc kommt für einen Gank, aber den können wir halt überhaupt nicht verwerten. Sie kommt doch nicht mehr für einen Gank. Tja, das war nicht richtig geguckt. Von mir einfach schlecht gemacht. Ich hatte gehofft, dass sie wirklich runterkommt. Sie hat es ja so ein bisschen angedeutet, aber na gut. Solange jetzt das hier keiner stirbt. So ein Witz. Solange hier keiner stirbt, wäre das ja okay gewesen. Okay. Insgesamt noch kein großes Drama. Ob ich da noch was bekomme? Wahrscheinlich nicht. Sie hat zu viel Leben und bei der Catelyn weiß ich es gerade nicht. Außerdem brauche ich wirklich schon noch eine Weile, bis ich da überhaupt dort bin. Na? Seht ihr das? Seht ihr das? Ich hatte die richtige Idee, aber es hilft nichts. Oh Mann. Auch noch der Drache für die Gegner. Das geben wir langsam aus den Händen. Das ist nicht gut. Ist nicht gut. Was macht denn der hier? Also nicht, dass wir hier schon seit Stunden kein Wort mehr stehen haben, aber was macht der hier? So. Ja, komm. Na komm. Eui, 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 eui. Na gut. Dann gehe ich wieder. Lass hier mal kurz ein Wort stehen. Ich muss mich jetzt so ein bisschen auf dem Weg wieder heilen. Oder zumindest versuchen, mich zu heilen. Da ist keine Leona. Das habe ich gerade eigentlich befürchtet. Ich probiere es einfach. Na, wo meins? Das überlebe ich schon. Keine Sorge. Ja, outplayed würde ich mal sagen. Dieser Lee Sin wurde outplayed. Ich gehe zurück. Was will ich hier noch? Oh. Die sterben vor allem. Ja. Syndra dürfte... Also, es ist halt gerade so ein bisschen das Problem, dass die Syndra gleich kommen könnte von irgendeiner Seite. dem mal noch ein Heal geben. Alles relativ sicher jetzt von meiner Seite gespielt. Ich wollte nicht riskieren, dass ich von einem Outdoor Attack noch getroffen werde oder sonst irgendwie was. Sondern einfach gerade nur noch hinten dran gestanden und ein Heal gesetzt. An I. Husbands Land höre ich jetzt nicht so gerne, um ehrlich zu sein. Aber wenn ihr das so möchtet... Hexai macht hier einen guten Job. Das ist so bitter. Die macht hier einen guten Job. Da werde ich aber auf jeden Fall noch hingehen und versuchen, das Ganze zu unterbrechen. Und das schaffe ich auch ganz gut. Außer eben... dass ich es überhaupt nicht hingekriegt habe, diese Rexai zu stunnen. Das war natürlich gerade der Riesen-Failure. Failure! Ist die ein Wort oder sowas? Warum reagiert die so gut? Das ist halt auch cool, dass man damit arbeiten kann. Warum geht die da rein? Leona? Wenn da irgendjemand von meinem Team gerade noch gewesen wäre, dann wärst du Dote. Na, was ist Dote? So, was haben wir hier? Nehmen wir noch mit, bevor er verschwindet. Gnade habe ich halt jetzt leider keins mehr, aber es war mir wichtig, dass diese... Oh, okay. Okay. My bad. Hätte ich nicht erwartet, dass da so viel Schaden da wird, also dass ich überhaupt gecatcht werde, dass die gleiche Rolltie reinhaut. My bad. My bad, aber ich habe auch das Redemption. Ich muss mal hier meine Sachen sortieren, das ist ja, da kriegst du ja zu viel. Habt ihr auch eine bestimmte hier Sortierung in eurem... Ihr wisst schon wo. Item. Back. Keine Ahnung. Ihr seht ja, dass ich eigentlich mein Ward immer auf die fünfte Position stelle, weil es für mich irgendwie aus Gründen x angenehm ist, auf die 5 zu kommen. Ich weiß nicht, warum. Schreibt's gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Manch einer sagt immer 1, 2, 3 ist das Maximum, was ich erreichen kann und möchte. Bei mir ist es halt sogar die 5, die irgendwie aus Gewohnheit schon fast passt. Aha, da war der Ward. Dafür jetzt gerade einen Control Ward zu nutzen, ist ein bisschen too much, um ehrlich zu sein. das ist nicht wahr. Aus was weiß ich für Gründen wissen die, dass dieser Gin nichts drauf hat, dass der keinen Schaden auf den Mann kriegt. Ich darf nicht, ich muss wieder auf meine Roam-Taktik gehen. Ich muss wieder raus aus dieser Laning-Phase. Die haben mir gerade einen Zenit überschritten, die Gegner, in denen ich halt mit meinem Spielstil nichts mehr machen kann. Ich muss zwar jetzt gleich wieder runter an sich, aber eigentlich aus Gründen vom Drachen, den möchte ich nicht übergeben. Boah, war das alles erschütternd jetzt. Kurz mal wieder runterkommen und wieder ein Spiel finden, dann haben wir das auch. Gegner haben anscheinend geswappt. Wie es ihn halt null interessiert, dass da eigentlich gerade ein Fight neben ihm passiert wäre. Das ließ Sinn. So, Ward ist gecleared. Ich pack hier mal noch einen in die Mitte, damit da nichts passiert und KG. Den fange ich. Kein Ding. Den fange ich auch. Gar kein Problem. Warum geben wir das gerade? Warum frauen wir das gerade? So wie die Götter? Ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Das Problem ist halt, unsere Scalings sind jetzt nicht gerade die besten. klar, ich bin eigentlich vollkommen ein Ernsthaft? müssen wir auch einen Swain nicht mehr tot und so weiter und so fort, aber zu diesem Punkt müssen wir halt leider erst mal gelangen. Da haben sie sich anscheinend ein kleines bisschen überschätzt ein kleines bisschen wir können noch ein bisschen was return holen aber wird ich wollte gerade sagen das könnt ihr mit nicht erzählen dass der wegkommt könnt ihr mir nicht sagen sind irgendwelche wards können wir irgendwas noch holen was das ganze für uns akzeptabel macht der turm wäre ganz schön den turm unten zu verlieren wäre auch schön hier nehmen wir alles mit unterwegs schauen wir natürlich dass wir möglichst viel von rex sei wegnehmen ich möchte eigentlich nur noch raus ich gehe über ich gebe ich bin ich bin des todes was war das das war eine nette idee auch ich nehme die kleinpflanze und springte einfach weg damit und geil die misplays jetzt kannst du keinem erzählen ich sag ja erstmal wieder runterkommen wäre eine schöne sache wir hatten so ein schönes early game but then okay okay wir kriegen hier nichts was gebacken ist das chaos ist das ein gemetzel was geht denn eigentlich ab wenn meine ulti hätte ich mehr gegner treffen müssen aber die haben sich da halt gut bewegt ich habe noch kein speed boost oder ähnliches sind halt noch so viel mana dass man das nicht riskieren möchte ich habe mir war das im gesamten eine schöne idee dass wir die gegner versuchen von hinten zu bekommen aber praktischer natur ich habe hier drei worte übrigens drin ich hätte dann nicht hinlaufen sollen ich hätte dann nicht hinlaufen sollen warum gehe ich da hin heilige mutter gottes wir machen nur noch mist ja da kommst du nicht dran wir machen nur noch mist im jason im wasser ist ich alles wissen weltmeister wenn wir das verlieren das wäre so verdient nein aufgeben wir müssen nein 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 wer will denn da überhaupt aufgeben top laner top laner könntest du bitte eine gröne einen schuss treffen nur einen hätte er gereicht aber nein bei gangplank hätten wir sogar zwei gebraucht stimmt da hätte uns ein einziges Ding nicht gereicht jetzt schauen wir mal hier nach wards hier müsste eigentlich alles verseucht sein gerade wenn leona unterwegs war da ein controller ich sage alles verseucht Syndra, Leona kommen gerade die haben natürlich immenses pickpotential ist ganz klar dann möchte man nicht in der nähe stehen wenn etwas passiert packen wir da noch ein wort hin gehen wieder zurück plapp ein paar jams wären mal nicht schlecht ich sammle momentan zu wenig jams ok ok so kriegen erstmal alle hier unseren ok ok sie hat es geflasht kriegen erstmal alle unser Iron Solari und ich hatte gehofft dass die da besser damit klarkommen mit dem was hier passiert aber in dem war wohl nicht so dass ich die caitlin eine weile weggehalten habe war nur naja glücklich kann man das nicht gerade nennen da 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 leblanc boah das war auch schon wieder warum muss denn gerade alles so knapp sein könnte das mal verraten puh double kill gg easy easy double kill ich sehe schon dass das noch hier ganz ganz schlimme Züge annehmen wird zu zu kriegen wir einen drachen was kriegen wir denn einen cloud rake wie geil das habe ich mir ja schon immer gewünscht problem ist dass hier die rexai permanent von hinten kommen kann weil ich hier gerade die dings nicht eigentlich möchte ich das schon noch machen den hier mit job und das was hier in der mitte sind ein paar ja der baron der geht halt contestlos an die gegner da werden wir nicht hin können eigentlich zeit für meinen die sind gekauft nur um zu sehen dass das trotzdem nicht hinkriegt leider ja no no ah nur dass es trotzdem nicht hinkriegt ja lassen wir es rein splitten war eine gute idee war eine war eine brillante idee hat uns auch viel gebracht ja meine damen und herren das war immer so freuen wir how to throw oder keine ahnung was aber gut sieht es nicht gerade aus sollte mal erwähnt sein hat noch keine ulti die sind hat noch keine ulti die sind er ist auf dem one shot bild gegangen bei ihm ich sehe sehr selten nur ein solari bei einem lee sin ist ja eher so ein utility item wir scouten vor wort ah den stun habe ich getroffen ja gut du kratzt mich jetzt nicht so um ehrlich zu sein eigentlich hatte ich mir dieses portal anders vorgestellt aber ja die sind gerade die grad mich jetzt nicht so dann kann sie mich halt nicht ich hätte zum not auch noch mein iron solari also das ist schon mal soweit alles ganz gut diese gefahr können wir locker umgehen aber wie kriegen wir hier vielleicht nochmal ich krieg nichts hin denn hier noch für die leblanc gut aber sonst kriegen wir auch nichts hin lauf ich halt einfach voll in die leone rein warum wurde ich da nicht und alles auf den tank alles auf den tank los wunderbar unglaublich es ist unfassbar ich würde ja gerne ich würde ja gerne hier nochmal ein redemption setzen kann ich auch nicht kann ich aber nicht kann ich aber nicht was macht sind ragaldor ich holte erstmal den turm das reicht hier ja leider bin ich da nicht an hingekommen um schilden zu können oder um healen zu können hier jetzt noch ein bisschen den turm schützen kann ich jetzt ja ich kann es komm an der banner kaufen die wave ist aber gerade schon unterwegs gar nicht so toll tanke bin ich jetzt auf jeden fall und ich werde mal gucken top lane schaut schwierig aus top lane ist wirklich schwierig ich werde wohl eher mein kommando über die bot lane schicken auch wenn da jetzt noch ein bisschen gegen gepusht wird oder vielleicht gerade deswegen dass man hier auf jeden fall einen größeren putsch 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 aufsetzen kann ja da hätte ich rüber worden müssen freuen genau das war das bot generell fällt es mir schwer zu worden gerade man hat überall immer was liegt denn da man hat immer so ein bisschen das problem wo wollen die gegner die pix machen rexai war gerade topseite leona gangplank alle da wunderbar also war meine entscheidung mit dem kommando minion über die botseite gut du bist verrückt aber hey was macht er da auch verrückt sein kommst du vielleicht auch so raus danke wir haben rexai getötet ein mammut ist gefallen nicht gerade unser bestes ziel aber hey könntest du vielleicht nicht ganz so riskant spielen never mind never mind ja das fange ich für ihn ab und sterbe natürlich dafür ich hätte es vielleicht hätte das glaube ich überlebt das hätte ich nicht abfangen müssen nein wir geben das nicht auf leute 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 die gegner müssen nur einen dummen kleinen fehler machen genauso wie wir die ganze zeit kleine dumme fehler machen permanent hier schon wieder in die nächste naja ich halte leider von chin halt auch nicht mehr so viel muss ich sagen auch wenn ich in den letzten server gespielt habe ist es mit dem chin einfach der penetration build war angenehmer zu supporten erzert machte seine autoattacks und danach ich stehe da halt eine sekunde rum und tut gefühlt nichts ja man hilft nicht vielleicht noch ein cc-rapporten noch gott er hat es überlebt wird gerade sagen ja das ist alles was ich hier noch gerade machen kann wir können nur versuchen hier gerade alles wegzuhalten schade so frodmann ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen und jetzt schauen wir mal noch kurz letztens wurde ich darum gebeten zeig doch mal den damage grafen auch noch mal gucken ich war ja doch recht aktiv mal gucken wie sich das niederschlägt packe ich euch hier mal mit rein krass und damit bedanke ich mich nochmal wünsche euch noch einen schönen tag und bis demnächst tschüss gemüß